Und noch fünf Tage bis Weihnachten. Hast du schon alle Geschenke beisammen und möchtest du sie vor neugierigen Augen schützen? Am nächsten Tag fanden die drei Ausrufezeichen einen Briefumschlag auf einem Fensterbrett des Cafés. Für das Orga-Team stand in Druckbuchstaben darauf. Nanu wunderte sich Kim. Kein Absender. Sie hielt den Umschlag nur an den Ecken fest, um keine Spuren zu verwischen. Der Umschlag duftet, stellte Franzi fest. Irgendwo habe ich diesen Duft schon mal gerochen. Vorsichtig öffnete Kim den Brief und las vor, das Phantom war es diesmal nicht. Quinn wurde wirklich entführt. Ein anonymer Brief von unserem Phantom. Es ist tatsächlich in unsere Falle getappt. Franzi sah sich die Handschrift genauer an. Die Schrift kommt mir irgendwie bekannt vor. Kim holte ihr Fingerabdruckset heraus. Jetzt sichern wir mal als erstes die Fingerabdrücke. Der Absender hatte gleich ein paar Abdrücke auf ihren Brief hinterlassen. Besonders clever scheint das Phantom ja nicht zu sein, sagte Marie. Ein, zwei oder drei, was glaubt ihr? Welcher für ein Abdruck ist von Kim? Nr. 2 ist die richtige Antwort. Und darum öffnen wir auch das Türnummero mit den Beinen. Mit deinem Siedelaufkleber kannst du deine Schublade oder deine Zimmertür versiedeln. Ist das Siedel gebrochen? Wenn du wiederkommst, war jemand an deinen Sachen. Und damit auch wiedersehen. Bis morgen zu Tag 20. Tschau. Tschüss.